Hallo meine Freunde, willkommen bei ASEP Institut. Mein Name ist Tara und ich hoffe, ihr freut mich wiederzusehen und euch hilft das Video weiter. Ich erzähle euch heute, was ich in der Woche mache, von Montag bis Sonntag. Mein Wochenplan und was alles dazu gehört. Ich hoffe, ihr versteht alles und ja, euch wird das Video gefallen. Also, kommen wir zu meinem Wochenplan. Am Montag habe ich zum Glück frei. Dort mache ich meistens nichts, aber diesen Montag habe ich mich mit meinen Freundinnen getroffen und wir sind zusammen joggen gegangen. Wir sind durch den Wald gejoggt und haben Sport gemacht. Es war echt cool, da mein Hund mitgekommen ist. Am Dienstag musste ich zum Zahnarzt. Ich hasse den Zahnarzt. Der Zahnarzt tut meistens weh und es dauert immer so lange und man muss warten. Es ist nicht schön. Und da habe ich eine Zahnspange rausbekommen und es war echt schön, weil meine Zähne jetzt gerade sind. Und ja, es hat auf jeden Fall am Ende Spaß gemacht. Am Mittwoch bin ich zum Friseur gegangen und habe meine Haare geschnitten, da meine Haare sehr lang waren. Es war echt schön, da ich sie etwas blonder gemacht habe und ja, jetzt bin ich auf jeden Fall glücklicher. Am Donnerstag habe ich eine Fahrradtour mit meiner Familie gemacht. Es war echt richtig cool, da ich sehr viel geschwitzt habe und wir sehr viel miteinander geredet haben und es hat wirklich Spaß gemacht. Wir sind durch die Berge gefahren und haben viel gesehen und viel erlebt. Und insgesamt waren wir bestimmt zwei Stunden unterwegs. Am Freitag war ich mit meinen Freundinnen auf einer Party. Es war eine Geburtstagsparty, zu der wir eingeladen waren. Wir haben uns vorher fertig gemacht, schöne Kleider angezogen und haben dort viel getrunken und gegessen und getanzt. Ja, am Samstag bin ich nur zu meinem Freund gefahren, habe dort Hausaufgaben gemacht, war alleine, war duschen in der Badewanne und ja, das war zu meinem Samstag relativ langweiliger Tag. Und ja, am Sonntag musste ich arbeiten und zwar arbeite ich als Kellnerin und musste den Kunden das Essen bringen, das Trinken servieren und ja, die Bestellung aufnehmen, kassieren, das Geld geben. Ja, es war wirklich sehr cool, weil der Job macht mir sehr viel Spaß und es ist mein erster Job und ja, es war sehr cool. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt etwas gelernt. Und ja, das würde mich freuen. Alles klar. Tschüss!